Digga, du fuckst mich ab, du kleines Kind, man. Ich sehe die Leute. Ich habe mit dem Trophä getötet. Ich habe mit dem Trophä getötet. Let's go. Wenn es da nichts hilft, dann probiere ich mal Chrome auszumachen. Ich habe aber auch keine neue Software irgendwie oder so. So, das... Suspekt gerade, Suspekt. Ne, das fühlt sich immer noch ekelhaft zu spackern. Hey, ich spawn und bin tot, man. Und alle haben Dark Matter in der Lobby, willst du dich verarschen? Irgendwas für Leute, die sich hier spielen. Klar kannst du aufstocken. Aber ich würde es halt dann, wenn dann... Ah, ich glaube, der hat Dark Ease. Da! Okay, Jungs, es ist nicht Shadowplay. Das kann wieder an. Was ist das? Mir fällt doch auf, dass man das vor allem in der FFA merkt. Guck mal, wer da steht! Ich hätte gar nicht mehr lag hier, Alter. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass die plötzlich alle so krasser sind, ey. Ich schaue jetzt gleich mal meine, ähm... Ja, neuen GPU-Treiber habe ich runtergeladen. Für den Medium. Aber das hört sich kein Problem sein, weil... Für die Shader sowieso jedes Mal neu compiled. Das habe ich auch gemacht. Vielleicht lasse ich ihnen das gleich nochmal machen. Ich schaue gleich mal. Äh, es ist äh... Das kann ich gleich machen. Immer nur in Shader-Compiled-Prozess. Ich krieg hier so Aids in der Lobby, die wissen immer, wo ich bin. Ich stehe 10 zu 10. Das ist die schlimmste FFA-Lobby der Geschichte. Ich probier jetzt erstmal alles nacheinander, okay? Zum alten Grafik-Treiber schauen wir dann noch. Ich probier jetzt dann noch, ähm... Ich muss ein bisschen Shader nochmal neu machen. Ich schaue meine Festplatten-Aktivität an. Irgendwas muss es sein. Wenn es ist, als würde mich Activision dafür bestrafen wollen, dass ich mir meine Nuked Out erboostet habe. Das ist ja auch echt scheiße von ihr, also wirklich. Was ist denn das hier? Das ist hier ne Lobby... Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wie, als würde ich gegen neunmal dich spielen. Okay, das ist ne krasse Lobby, Alter. Aber nur mal Leute mit scheiß Connection, Alter. Alle spielen Magno Makimbo und haben Knowledge, dass alles zu spät ist. Was? 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 began. Das ist eine brächtig abhängig, auch bis sie, also bei den Außenfeld. Der Societ principles steel��-Aktivität an. Leg out! Ich hab ne Leg out gemacht! Let's go! Ich hab 31 Kills, weil ich geil bin. Es hat noch nie so krass gelaggt. Jetzt kann ich Server nicht hochladen, weil ich hatte Shadowplay nicht an. Ne, ist mir scheisse geiles Highlight, sehe ich.